ready to rumble aufnahme läuft das zweite kapitel nach dem krankenhaus ja das zweite kapitel allerdings heute ohne petra ich denke wenn die kummer wann die zeit hat wenn die dann mal zeit hat und dann lust hat dass wir dann nehmen wir noch mal mit es lief ja eigentlich ganz gut eigentlich mit ja gerne sind ja noch nicht so groß dass man sagen kann wir machen das jetzt hier mit drei vielen leuten aber im durchwechseln kommen sie funktioniert hat nicht ja man habe ich doch gesagt weil du das geld sicher hast ich erkläre dir bei gelegenheit mal wie man spielt ja genau wie spielt man hier immer eine feuerlöscher mit na kann ich gar nicht was ist mit ihm denn hier auch war das der pilot oder der pilot hier ist der pilot nur falls du noch mal schießen willst okay das haben wir glaube ich in dem anderen teil aber nicht drin gehabt ne ob schon aber wir sind einfach direkt losgerannt wir haben auch vieles ausgelassene ich habe darauf gewartet die man wieder auf den arsch zu schießen weiß er dass wir auch klappen okay ist nur gucken dass wir dann zusammen bleiben wieder und jetzt noch so ein ja ich will mein fest behalten was ist denn da drin die frie oder ja die frie aber dann muss das fest geht weg machen jetzt habe ich wohl auch schon beschlossen also tue bis nicht der einzigste der auto auf die schnauze kriegt wenn er war schon gut anders scheiße uns wieder gegenseitig den arsch weg und muss das ja das ist auch richtig also das mutter schon muss er schon anspruchsvoll sein und das muss ja auch spaß machen ich bin gerade bitte jetzt kommen wir gerade alle ich habe gedacht er hätte gerade den pola geschnappt aber in pola spielt heute will das beste war war der 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 louis also die uc taugt nichts wenn er will ich auch nur die schroten nehmen also schrot oder scharfschützengewehre oder halt das m4 den rest kannst du vergessen na muss ich nachher mal schauen vielleicht finden wir im lager was ja ich gucke mal im lager ob stapelfahrer claus da ist ich weiß mehr wer das ist ja zwei pompe und hier sind noch medikamente äh 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 und gefunden er ist wieder auf mir ja du es hat mich beschützt in dir waren alle weg denn kommt er ist mit da ist mit aber wer hat da gerade was geworfen keine tank musik die tank musik ja gar nicht ich auch nicht ich habe von hinten und vorne ja ach da oben steht ihr darunter immer den nicht entlang oder sondern genau wusstest du dass demnächst jetzt keine fantasy für pc kommt oder ist das schon draußen welches eine fantasy hier ist äh ähm dingens hier äh sag mal schnell äh boomer kotzt dann nimmt das mal mit für den für den tank da gibt es jetzt auch für epics game store mit dem dlc hat man gewährt was wo welches hat keine fan die bekommt jetzt sieben äh ja aber nur erst mal euer epic game store oh ciao ciao ja ich schon mal nicht kaufen werde ja auf epic game store ganz bestimmt nicht ich japan ja 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 da ist ja 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 kommen ich vermute mal 2 q3 nächsten jahres also ich werde zwar ein business aufs team verfügt weiß ich würde sich bei epic games vorhanden wenn ich ein exklusiv sein meistens wenn sie es noch irgendwo anders hingeben dann ist das ein jahr exklusiv ich denke mal das wird nächstes jahr wahrscheinlich anders aussieht auch ein rettungsraum es darf natürlich nicht was haben wir hier an waffen das war die säure das ist großartig mittlere maus mich hat auch einen handel ich hatte buch von ihr seid angekostet ich liege vor der ist euch jetzt nicht vor mir stellen wir jetzt nicht jetzt ich war es nicht ich glaube ich war gerade einfach hinterher ich glaube die hinterher wir laufen zurück naja irgendwie noch hustet hier ok hier sind noch in nette gewehre jagd gewähren ich glaube ja wir müssen hier rein hast du was ich ganz da hier drüben weiter auch doch da drüben laut hier an der tonne weiter ach so nicht ich habe ich habe drei kilometer vorbeigeschossen und trotzdem das ding läuft aber auch nur auf dem schwierigkeit gerade hier muni ist schön und merken ich habe eine wochen jockey ist genauso sehen wo man kommt durch ich verratze dich um was weg aber mein kit in die schnauze ich halte dich gerade nicht gemacht mich nicht er wollte mich vorhin heilen jetzt ist ein heal kit weg und er hat mich nicht gehalten er wollte mich auch ein aber herzlich gemacht ja ja auf dem tool dass ich gerade gehalten das auto ist gut ja da bin ich vorsichtig wird er immer jemand auf den schlüssel dass der piept oder wird nein nein was auch ja irgendwo ist wieder ein broma ja hier auf dem container war der glaube ich so nicht von hinten angreifen da kommt der horde an der seite und von hinten auch noch scheiße ich sehe nichts aber schon ist ja auch nicht runter gefallen sich auch wo ich weiß nicht wo du stehst es will ich so lange haben wir was öfter so war ich sagte nicht da hat wieder aus paula ist dann ein bisschen noch nicht auf die flotte gekriegt ich halte mich gepflegt zurück ja ich merke das schon immer stehlich hieß jemand zweites loch kotze auf dem schweißen ja das ist das problem ach stimmt ja ja stimmt jetzt sind die zahlen ist aber darauf hinter die togo und jetzt helfen wir mal hoch hier auch der ist wieder weg der ist ja noch der ist ja noch mal gefunden jetzt mal sterben anscheinend alter er ist tot ist es schon grau links rechts meine ich jetzt bitte oben auf der mauer hatte ich wohl nicht mehr ja ja das werk habe ich gut wo ist tot ok ich gehe mit ein paar mit müssen wir gleich oben die brücke machen ist mit einem spotten überliebe praktische shutgang baby meine molly wenn wir brauche hab noch sowohl noch mal hoch zur brücke ich kumpel euch hinterher mein 25 leben 24 23 okay kommt wenn sie die hauptiz ab was war geschossen warum schießen ich bin so alt ich bin schon fast ein zombie aber keine first aid kids auch scheiße wir hätten einfach vorher die dinger schmeißen müssen wo du mal dann gar nicht runter und steckt neben der großen power ziemlich einer meint das gewehr gewinnerst ich habe umgelegt aber ich habe was gut da kommt schon wieder warten wir eigentlich ja und das feuer da jetzt kommen wir nach vorne durch ja noch gewartet ist das feuer ich wollte auch der drücke aus ist irgendwo war jetzt hier noch was drin was man mitnehmen konnte hier als medkit ich bin unterwegs hinter dir hinter die hinter die steckung bitte wo ist der glocke ich schaue gerade ein hunter auch hier ist wieder alles hier auto schaue die alles gut am antagop ist dort später von vorne von der brücke ich habe mich schon ein scharfschützen gewerde bei stelle ich mal hinter euch bein wo ist ja wo ist er denn du ist er denn ist er mit man könnte gerne mal der save room kommen ich habe ich wollte ein boomer der hand hat schon ordentlich gute mein kopf unter körper kommt runter ich stehe wieder ich stehe wieder nur luis hochhelfen ja ich hatte nicht so gut gemacht also das nicht wir hatten schon lange keine witsch mehr am besten holt ihr euch die am besten holt ihr euch die medkits bevor die kai ist tot die meisten getötet ja was ist mit dem meisten friendly feier bitte warum wird das nicht gelistet hab ich dem tank gegeben und wird trotzdem nicht gewertet natürlich erfolge muss doch immer eine schwachstelle aber am meisten frisst der kleine kopf ich meine dicken schulter 1 die tür ist gar nicht verbarrikadiert interessant hat doch nicht durchgucken weil alles schwarz ist ist zugeschweißt das wahrscheinlich hänge ich gerade fest und jetzt da lang was ich wollen wir darüber ins lager gehen nein ich habe ich gerade nicht ich habe noch gar nicht geheilt für zu und bummer double kill louis hat wieder alles ich bin mir noch nicht verraten sollten hier hoch aus hier schlimm ist aber nichts doch hier ist jetzt kann man ja nimm das mal ich stehe ich habe keine ahnung wo ich gerade bin auch der dreck sagt es will auch jetzt wo sie mich halten lady es ist gut ich habe die tür zu gemacht wir glauben wir sollten wieder zusammen bleiben ist ein bisschen einfacher irgendwo hustet schon wieder da wo ich kann ich kann nicht aus auto das auto ich kann drüber geschossen irgendwo ist ein hunter ja ich bin mir bei euch das mit vielleicht grönen ja hat immer ein bisschen dickes steak oder sowas ich glaube ich wusste bombe an der vorne hat noch okay waffen m4 schlotti und sniper was haben wir denn da ist dieser will ich auch wenn du wenn das gleich ist wie du hast nimm die aber noch mal dann kannst du musikation nachfüllen ja habe ich gerade gemacht aber vor dann kommt auch louis louis einfach alles gilt ja dieser krieg klauer einfach eigentlich kann er vorlaufen und wir laufen hinterher ja schön wäre es ich nehme mal an ich habe noch wo die hier ist noch kotze wenn er möchte wir haben wollen wir noch warm sein aber ein finger rein ok auch was auch wo man steht wo man es weg ich glaube hier links geht es weiter ich hatte fest okay das war jetzt nicht so dass wie ich es machen wollte aber in der astel darfst du nicht mehr da ich glaube das überlasse ich die dix wir ich bin zumindest nur mich selbst weiter über dem platz oder in die halle da neben dem platz ich habe mir merkt noch aber genau gezielter da ich höre eine witsch und wir haben heute noch gar nicht heute von hinten ja hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir jetzt soll ich die witsch auch aber die witsch anzünden hat das gerne probieren also die sterben dürfte es ja nicht instant warte ich hol mir so ein ding mit ich habe jetzt schon angst aber ja das klingt gut wo ist sie hier vorne rechts an dem auto warte ich gehe mal vor ich habe mich hat ein hunter wenn ich so viel dazu dass die witsch eigentlich direkt tötet die hatte ich nur wenn sie dich kriegt sie tötet dich ja doch die tötet ich instant und jetzt ist der pola da ja pola was sagt uns das warum tust du das das bei geworfen hat sie mal ach ne ich habe eine band ja scheiße hätte ich die d4 mitgenommen hätte ich hier zu retzen können aber wir kriegen ja gleich noch einen raum was warum weil pola das kann aber jetzt wissen wir das auch oder krieg und ich glaube aber meiner und die wände schlecht ich muss doch irgendwo ist sie noch was sein wo ich rauskommen kann naja du klopft dann an der tür anter da ist er hat sich mit der witsch angelegt wir haben es probiert aber die wenn er die witsch schmeißt mit der boomer kotze ob die da drauf gehen aber er war nicht schnell genug weg an der smoker wechsel die immer endlich habe ich habe schon um kopf weg 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 geschmeißte die bombe vielleicht im boli mitnehmen doch nicht ja habe ich gesehen jetzt habe ich die dings wieder mitgenommen in deutsch pump kann aber welche wo ist die tolle war zu langsam jetzt ist da auch so alle gehen ok du bist wieder kills cloud alter anter direkt links hier über den lkw würde ich auch sagen das sieht gut aus position wenn ihr schlecht wenn wir nicht einfach wieder anfängt zu flackern hier auf die faschen batterien drin läuft über usb ist aber am ding eine steckdose angeschlossen weil ich habe das über steckdose laufen ach die stelle ist das ich bin recht an müssen wir hier wieder blödsinn hier ist verwandt soll ich komme hier rüber ja hier müssen wir die usb ist da kommt stapelfahrer klaus und muni ist ja auch ja so lange spielen wir ja noch nicht das ist die stelle über das letzte mal verreckt sind wie kommen wir da hoch über die kisten für die kisten und am besten stellen wir uns alle nach oben und von dort aus verteidigen das heißt zwei links und zwei rechts was man tun stellt sich gleich einer hin ich wollte jetzt eigentlich auf den lkw da draußen weil der zeug drauf ist wir haben die draußen macht den generator an der louis ja ich gehe mal ein luis kriegt nichts wir haben jetzt schon auf realistik einmal gespielt aber es war jetzt nicht so der wir sind nicht ganz so weit gekommen wo ist die frage ich gar nicht so schlechte nicht so schlecht wäre jetzt nicht die beschreibung die ich nutzen würde ja gut beschissen weil alle verreckt sind also paula du bleibst da stehen ich gebe dann die und tue versuche ich den rückendeckung zu geben am besten tuten ja ich halte du bist nicht ich stelle mich mal hierhin in die ecke kommt schon der erste boomer ja weil von oben kommen die auch gleich wo du nämlich stehst da kommen die mich auch gleich raus da haben wir uns nämlich das jetzt mal weg geholt aber ich habe schon ja jockey von oben habe ihn dort ist aber knapp ich versuche die drücken zu gehen was auf dings kommt ja es bist du nämlich das versucht kann ich ja weil letztes hat er mich auch der diesmal weg holt der verdammt das bitter nach dem und jockey rum ich weiß noch eine pfeilbäume runter ab jetzt noch ja ich will eben du ist wieder von oben kommt gleich wieder irgendwas ich höre was ich bin dann näher so ist es nicht und dann machst du ich hole dann hole ich den direkt runter wo bewegt sich denn hier eigentlich irgendwas rechts von dir kommen die dann auch mal zwischendurch dann kommt wo ich auch verschieft man kriegt eine habe ich nicht ja verdammt wenn er hat sie denn an ja keine munition in den waffen super ist der tank da und naja tank ist da und gestern ich meine müsste noch ein tank glaube ich komme noch nicht sicher keine muni mehr ich habe gesehen ja da kommt ja da kommt ja da kommt ja ja ich bin da ich hole dich ich habe keine munition in der waffe da kommt schon wieder hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir ich bin gleich wieder da und ich hab's doch nicht lady hören sie auf ich bin gleich tot so wie jeder in hand auf mir ab ja hammer ja sieben punkte noch dann bin ich weg wo geht es hier weiter ich habe wir müssen los ja wir müssen uns aber erstmal heilen draußen generator ich gehe gucken äh jinks kommt jockey okay auf mir bleib steht okay jetzt weg wo ist der generator nein ich will nicht anmachen ich muss mir erstmal ich bin tot ich liege auch schon bin ich allein gegen den tank oder was er ist jetzt alleine sind tot da schaffst du den kleinen tank der will nur kuschelt werden einmal so richtig in den arm nehmen musstest du das jetzt prophezeit ich glaube ich nehme wieder die ak mit oder ich sehe jetzt das scharf schützen gewerde ja er komme ich nehme die sniper mit versuch nummer 2 das erste mal bin ich nur ich gestorben da sind wir durchgekommen da haben wir aber auch nur auf normal war ich ja ich wechsle glaube ich wäre die waffe die scheiße oh meine waffe ach toll ich komme direkt erstmal verraten hier ist boomer kotzer wenn wer möchte ich habe noch hoch ich bin 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 alles bei du bist ich bin bei dem weißen hemd und der roten kauf das passt halt einfach farblich nicht zu ihm was sie die klamotten ich bin ich bin das ich bin ich bin wie das her goin ich bin lohn dann trägt neben dir war ich links das auto ich habe diesmal lasse ich die wittchen ruhe aber kann sagen dass diesmal in frieden nicht auf den zombie schießen diese die witschung direkt dahinter irgendeine hat sie geärgert die hat sie geärgert aber sie ist da und da kommt an der konto ist ja so macht man das mit der witsch für gerade bei den frauen er kann zwar sehen das schon seit 14 jahren da hat es auch nur einmal eingeschlagen einmal richtig schlägt reicht ja ja und wenn es wieder zurücksteht ist doch schlimmer die kriegt hat nichts mit ich habe gesagt ich habe nichts mit uns einschlägt gesagt ich habe schlagen in der vork bei frauen ja ja so ich habe es schlicht einmal richtig oder ich dass es schlimmer ist und zurück schlägt und fuma auch er ist im boomer nicht mal ich war so eine pipe bomb ich komme mir gerade nämlich nicht weg ich glaube ich liebe ach ja da steht auch noch neben mir die witsch einmal frei machen aber der charakter wichtig zu machen hier ist noch dabei ich möchte noch jemand eine neue pipe mitnehmen kann ich mal jemand sagen ja hole ich gleich hast du es gleich mach ihm platz und sag ihn direkt unfollow adi abo keine ahnung mobbin wir spielen auch fortgeschritten und natura was spielen genau weißt du das einfach nur fortgeschritten also einfach nur fortgeschritten kein reales mob da sind wir die letzte woche zu sehr abgekackt ja also mitspielen kann man ja da gibt es die möglichkeit aber eigentlich ist momentan die gruppe voll aber diesmal heute nicht da aber generell kann man mitspielen ja wenn wir dann platz haben gibt auch demnächst wenn wir das mal hinkriegen jetzt zwischen den weihnachtsfeiertagen auch einen discord link und dann sieht man auch das bei der koop planung und sowas da kann man da reingucken also die petra möchte natürlich ihren platz abgeben dann kann man natürlich das ein bisschen was habe ich nämlich gerade nicht gesehen ich mache es jetzt nicht hier ist noch ein medkit in dem raum wo ist es da ist es meins ein smoker von hinten oder von oben solange er nicht von hinten kommt solange er nicht beides macht papa papa doch das feuer noch halt ich am besten direkt das wäre eine gute idee bist du wirst du wirst du mal stehen dann halt nicht immer in deckung also wirklich nirgends wo durch außer dort wo das spiel möchte jetzt noch ein cocktail ja ja ist was ich immer so wo ich meine munition wenn ich schlecht oder horde okay wo bist du aber auf dem dach scheiße an das walker aber ich wechsle lieber alle sagen hintermahe eigentlich den smoker ich hab den smoker hat aber immer ich hab den smoker da oben da kommen wir ja kommen wir uns da kommen wir ja verstehen ja der smoker ist noch da hat dann ernst jetzt ich verarzt du dich wollte ich gerade ein will er mich wegziehen ja erstmal weiter der kumpel wer kommt immer wieder lady das ist halt wenn man stapler fahrer klaus ist hat man so eine anziehende wirkung hier ist doch beschippten medkit in dem das ist auch munition und waffen und da ist eine pistole drin und irgendwo ist ein schock ja höre ich auch gerade aber ich weiß nicht wo der ist ich habe den smoker endlich ist er uns bis hierhin gefolgt über ein eigener ach ja sie ja noch vielleicht ein medkit hallo er drüben gleich auf der ansatz der freunde gefunden ja aber nicht die ich die ich haben wir unten bleiben wo ich höre ein charger und schock von hinten oder kommt irgendwas ich will die waffe ich wollte doch gar nicht wo es meine waffe so wie komme ich jetzt auf diesen lkw drauf da ist nämlich zeug wo bist du denn auch da weil sie nicht keine ahnung von über die schnauze wahrscheinlich eine axt ist hier oben das mal war doch was besser was sondern geht schon mal rein verteilt die sachen da mache ich gleich den dings an lassen das zeug hier einsammeln und power hier ist immer hier dann immer das feld fs echt geben bevor du es macht ja ja was ballert er da die zombies ach so seid ihr ready dann kann ich schon mal starten minigun ist ich lege mal hier unten ein gaskanister hin den können wir dann hochjagen weil ich fange jetzt an ist sei ein mann und der bären voll also ich habe das spiel nicht so schwer in erinnerung ganz ehrlich dass ich da immer mit zu viert spielen hat so dritt spielen in dem fall ja gut von hinten hinter mir zogen ja ja oma hinter dir ja es wird da kommt ich sehe nichts was willst du nicht so weiter und ich gebe ich dir mal im drücken deckung ja ich will es nicht halt das ist mein feld geht das mokar lebt noch die nächste horde kommt also jetzt ist noch irgendwo da oben ja ich wenn er wieder kommt dann kriegen wir schon keine sorge muss hier nur tue gerade rückendeckung geben der zauber soweit kliert habt ihr noch cocktail ich habe da kommt also ist weg wie bei den tank ich sehe ihn hinten am zauern er ist weg und dann kommt da für einen hunter wenn kommt dann kommt dann kommt das weg ist egal der hand hat er denkt der tank hat den hunter getötet der tank hat du es getötet glaube ich also die schweine aber da konnte die hoch und so da hoch und da kommt dann wenn es geht bei der munition holen wird da was smoker oben durchs fenster ja sehe ich nichts worte kommt er war nicht halt von geschnitten ja da habe wir aber generator anschweißen kann ich nicht gehen wir mal rückendeckung ich bin raus doch habe ich dich die kugel ich warte ich bin auch gleich tot ich sehe nichts ich einfach ist mir egal ich mache den generator an ja polars glaube ich auch da ich bin mir nicht ich bin schon wieder da läuft aber enthängen der witch killt ok das habe ich noch nicht erlebt also ich würde jetzt aber auch für heute mich ausklingen ja das bringt dann an nichts zu zweit natur ist ja immer scheute ja ein glückreiches ende will sagen wir noch einmal louis und dann ist gut ich arbeite dran aber bewegt sich ich könnte mich nicht töten er heilt sich auch noch ja natürlich was denkst du denn aber nehmen wir denn mal heute braten ach guck mal hier eine bratenpanne ich bin auch ein bisschen was ab wir waren zu kommen oder so Ich will die Tür aufmachen und nicht euch hochhelfen Ich kann die Tür nicht aufmachen Na komm schon, sterb schon Luis fährt auch voll wie am Spieß Ach ja, danke Gucken wir mal, nächste Woche Samstag Ja, gucken wir auch mal